willkommen zu einer neuen folge pokémon go beziehungsweise haben wir einen artikel gefunden von go games der ist natürlich wieder brandaktuell und trägt den titel offener brief an der jentik fand ich ganz interessant deswegen möchte ich euch den zeigen und mit euch dann darüber reden beziehungsweise könnt ihr gar nicht mitreden aber ihr könnt ja den kommentarbereich nutzen eure meinung zu hinterlassen und alles ich habe den selber noch nicht ganz gelesen ich habe nur so ein bisschen überflogen hier oben die anfangs zeilen bei manchen aussagen musste ich schon sauer aufstoßen und habe gedacht was aber allgemein ist es ja vielleicht doch ein problem womit sich ebenso eine große gesellschaft wie nientik firma wie auch immer dings beschäftigen müsste und muss schon wieder nicht an sich denken sondern weiter denken wie andere leute vielleicht mit der ganzen sache umgehen und vorausschauen schon leute vor sich selbst schützen also es klingt auf jeden fall wieder mal sehr genial wir gucken uns das jetzt mal an vielleicht kennt ihr ja das silf rot und seid wieder auch unterwegs eines der großen treffpunkte für pokémon go spieler online jetzt haben wir hier also einen brief die spielerin elise nadel hat die plattform von reddit genutzt und kritik an nientik zu üben insbesondere nachdem die zusätzlichen corona boni abgeschafft wurden ihr habt das ja gesehen wenn ihr in eurem heute tab seid gab es ja immer diese besonderen boni da war eine liste die war so lang mittlerweile ist die liste halt nur noch so lang trotzdem ja wurde sicher gewünscht das und das soll bitte bleiben das und das wurde aber abgeschafft das und das wünscht man sich gerne zurück also warum sie manche sachen lassen manche sachen wegnehmen gerade jetzt wo ja alles wieder zunimmt sozusagen und wo alles viel viel schlimmer wird weiß ich nicht hätten die es auch einfach so lassen können als ist auf jeden fall noch nicht entschärft es wird auf jeden fall alles immer schlimmer ihr seht die welt geht unter deswegen nehmt uns nicht noch pokémon go weg das ist ja das wichtigste nein aber um was geht es jetzt ihr anliegen ist pokémon go von zu hause aus zugänglicher zu machen und dass man für für events und rates nicht zwingend raus muss grund für ihren brief ist die momentane weltsituation da kommt 19 immer noch eine gefahr darstellt und einige länder nun auch wieder lockdowns durchführen sie bittet nientik umzudenken da die gesundheit wichtiger ist als pokémon zu fangen dem moment habe ich gedacht wenn die gesundheit doch wichtiger ist als pokémon zu fangen ja dann spiel doch nicht pokémon in dem sinne also dann dann verzichte doch auf den raid dann geh doch nicht raus bei dem event dann bleibt doch einfach drin dann löscht die app oder so oder sagt nein ich habe gerne pokémon gespielt aber momentan in der situation das bringt nichts das ist ein spiel für draußen das ist ein spiel da ist man unterwegs und wenn mir meine gesundheit wichtig ist und ich wirklich mich keiner gefahr aussetzen möchte dann muss ich eben darauf verzichten ja dieses spiel was für draußen ist zu spielen das war meine erste meinung die ich hatte als ich diesen satz gelesen habe nientik soll mal umdenken die gesundheit ist doch wichtiger als pokémon wie komisch es klingt von den menschen die ja selbst in der hand haben ob sie rausgehen oder nicht wegen pokémon natürlich ist es wieder anders viele menschen sind nicht in der lage das einzuschätzen und die werden sozusagen absichtlich von nientik dazu verleitet rauszugehen nientik ködert die leute also raus darum geht es sozusagen dann dass nientik euch raus lockt in in die gefahr dass nientik wirklich so events macht weiterhin und euch raus zerrt damit ihr dann weiß ich nicht nicht nachdenkt sondern sagt verdammt ich verpasse was eigentlich soll ich nicht raus aber nientik sagt doch du musst raus denn da draußen ist das shiny da draußen ist dieser ray da draußen ist diese forschung los geh raus wir haben dir da was hingelegt das ist wohl die kritik die da an nientik raus geht obwohl es ja eigentlich im endeffekt trotzdem an jeder person selber liegt raus zu gehen oder eben nicht raus zu gehen in dieser zeit pokémon zu spielen oder eben nicht pokémon zu spielen ich mein ja wenn jetzt hier selbst wenn jetzt ein weihnachtsmarkt wäre und ich weiß okay ist weihnachtsmarkt es ist gerade alles so schlimm lockdown hin und her pipapo trotzdem haben sie dann den weihnachtsmarkt hingezimmert dann muss ich doch da nicht hingehen ich kann doch trotzdem zu hause bleiben und sagen nee das ist mir nix der ist eh jedes jahr meine gesundheit ist mir wichtiger ich bleibe lieber zu hause ganz klar aber es gibt halt die leute die können dann nicht vernünftig sein die sagen hm wir sollen ja eigentlich zu hause sein aber da ist weihnachtsmarkt und dann setzt das hirn aus und dann gehen die hin und dann trinken die glühwein überteuert gehen von bude zu bude nehmen jeden in den arm schlabbern überall rum und dann liegen die da und wundern sich wo es herkommt und deswegen muss ja schon die stadt vorsorglich dafür sorgen dass solche leute die einfach keine seele haben nicht auf den weihnachtsmarkt gehen können indem einfach gar kein weihnachtsmarkt stattfindet da ist der inhalt nochmal zusammengefasst ja oh mein gott naientik theoretisch kann ja naientik machen was es will denn die leute sind theoretisch selber haben ihre zukunft selber in der hand müssen ihre entscheidungen selber fällen aber weil es ist ja nur ein spiel dann ist halt die gesundheit wichtiger aber mal gucken was schreibt sie denn wirklich ja offener brief an der gentik ich denke viele spieler werden nicht mögen was ich zu sagen habe aber es wäre gut wenn es keine events in pokemon go geben würde die es voraussetzen als spieler rauszugehen bis der coronavirus vorüber ist falls er je vorbei geht stelle ich mal vor es gibt gar nichts mehr in pokemon die app ist mit einem schlag sozusagen wird abgeschalten das wäre natürlich nicht schön ja da kommen wir wieder zum thema spufen die spoofer sagen hm äh wie da kann man rausgehen das sagt ihr mir jetzt nach äh nach vier jahren wo ich auf meinem sofa sitze äh fast so fett bin wie ramses und einfach mit meinem joystick rumspiel ja hm hätte ich das vorher gewusst jetzt brauche ich auch nicht mehr raus ne in den zeiten was schreibt sie denn aber hier noch hallo naientik dies ist ein offener brief von jemandem der allein gehandicapt und depressiv ist und nie oder selten sich traut zu schreiben wahrscheinlich wissen sie das aber ich würde ihnen gerne mitteilen dass wir immer noch in einer pandemie stecken in europa wo ich lebe haben sich einige Länder Deutschland und Frankreich soweit ich weiß für einen zweiten Lockdown entschieden um der zweiten Welle des Coronavirus zu entgegnen welcher sich weiter verbreitet während ich diese Zeilen schreibe übrigens hier in Hildburghausen haben sie jetzt also Hildburghausen wurde jetzt zur Stadt erklärt mit den meisten Infizierten hier im Landkreis wo ich mir denke ja klar deutschlandweit eigentlich gibt es Einschränkungen hier und da aber von Thüringen irgendwie der Schlipsträger hat entschieden pass auf ich lasse nicht zu dass die Wirtschaft nochmal zusammenbricht für Thüringen entscheide ich es bleibt so wie es ist zack da hat er den Psycho Andreas rausgeholt und dann wundern sie sich die Wirtschaft bricht zwar nicht noch mehr zusammen aber die Infizierten steigen die Todesfälle steigen die Plünderungen steigen die Kriminalität steigt das Klopapier ist weg da muss man eben alle an einem Strang ziehen die anderen sagen ja auch da kann man das ist wieder das Abschätzen was ist wichtiger da geht es um was ist wichtiger Pokemon Go oder die Gesundheit da müsste man gucken was ist wichtiger die Wirtschaft oder Gesundheit ohne Wirtschaft geht es nicht aber was bringt es ja wir wirtschaften weiter und dann ist keiner mehr da der wirtschaften kann weil dann alle tot sind ja also es ist ja klar wenn man das wenn man sich dafür entscheidet ach wir lassen es weiter locker sind schon wieder fünf umgefallen wir lassen es weiter locker zack der Zehne liegt dort das ist ein heikles Thema keine Ahnung ihr seht wie man es macht es ist eh falsch macht man mit ist man der Arsch weil dann die Wirtschaft ja kaputt geht und macht man nicht mit ist man der Arsch weil na gut wenn keiner mehr da ist der sagt dass du ein Arsch bist ist das eigentlich schlau gemacht so wo war ich jetzt ähm diese zweite Phase soll schwieriger zu begegnen sein gefährlicher und natürlich lebensbedrohlicher ich persönlich lebe in Frankreich von diesen Augenblick an bis auf Einkaufen zur Arbeit Schule gehen und andere wichtige Dinge alle anderen Ausgiefformen nicht gestattet es gilt sogar eine Geldstrafe von 135 welche bis auf 3.750 Euro steigen kann bei Verhaltensbruch ich darf nur eine Stunde pro Tag rausgehen und bin mir selbst nicht ganz sicher ob ich währenddessen erlaubt bin zu spielen ich meine wenn ich jetzt rausgehe und auf dem Weg da zu meinem Supermarkt mache ich mein Handy an und laufe trotzdem da lang wer sollte es mir jetzt verbieten hey während du draußen läufst musst du die Hände in der Hosentasche haben du darfst nicht so lange auf dein Handy gucken klingt eigentlich voll übertrieben ich glaube wenn ich jetzt zum Rewe laufe wo ich nie wieder hingehe wegen gestern wenn ich jetzt zum Rewe laufe und nebenbei halt das fange was mir auf dem Weg da begegnet ist das doch okay aber vielleicht kann man dadurch ja wieder verleitet werden oh da ist zwar jetzt schon der Rewe aber 500 Meter weiter sehe ich ist gerade ein Raid ich laufe lieber erst mal zu dem Raid und schon ist man ja länger draußen als es sein muss aber bei uns bei den Raids steht ja eh keiner mehr man ist eh alleine für sich alles geht über Einladungen und ich finde es ist trotzdem ja wichtig dass der Mensch auch mal frische Luft schnappt dass der Mensch auch am Tag trotzdem mal draußen ist und vielleicht ist die 5 Minuten bis zum Rewe dann einfach zu wenig und dann drehst du durch wenn du den ganzen Tag nur zu Hause sitzen würdest also weiß ich nicht es hieß ja sonst auch immer spazieren gehen ist okay wenn man das nicht gerade mit 20 Leuten macht wer geht mit 20 Leuten spazieren verstehe ich nicht also ich nicht würde ich gerne aber ich habe nicht so viele Leute die mit spazieren gehen ähm Pokemon Go ist kein guter Grund zum rausgehen und ich will es nicht riskieren beides zu bekommen eine Geldstrafe und ein Virus nur wegen Pokemon trotzdem finden Events in Pokemon Go immer noch statt und wenn du eine Chance haben willst 100% EV Pokemon zu bekommen musst du rausgehen ich verstehe dass so das Spiel entwickelt worden ist aber in Zeiten wie diesen müssen wir uns ändern uns wie in einem Pokemon Kampf anpassen und das Spiel von zu Hause aus spielbar machen hätte ich glaube ich nichts dagegen dann hätten viel mehr Leute die gleichen Voraussetzungen zudem wurden neulich einige Boni die es einfacher gemacht haben von daheim zu spielen entfernt ich möchte wirklich wissen und verstehen warum sie das als Unternehmen gemacht haben es wird sicher jemanden in ihrem Unternehmen gegeben haben der darauf hingewiesen hat dass dies nicht von den Spielern geschätzt werden wird alle kennen das Bild wo die drei Typen am Tisch sitzen der Niantic Boss fragt was können wir jetzt für ein Event bringen oder was gibt es als nächstes zwei labern irgendein Mist der dritte hängt gelangweilt da sagt was richtig cooles und in der nächsten Szene siehst du schon wie er einfach aus dem Fenster fliegt weil die den gefeuert haben also derjenige der sich für die Spieler einsetzt ist fehl am Platz der hat gar keine Existenzberechtigung so stelle ich mir das gerade vor es wird sicherlich einen gegeben haben der da gesessen hat und gesagt hey das ist bestimmt nicht cool das sollten wir lieber lassen zack aus dem Fenster raus ich möchte ernsthaft nachvollziehen warum sie als Unternehmen nicht auf diese Person gehört haben wo ich momentan bin nämlich daheim gibt es keine erreichbaren Stops oder Arenen in der Nähe ich muss für sie rausgehen ich muss die Risiken in Kauf nehmen die ich vorher erwähnt habe also theoretisch muss sie das ja nicht ja aber dann hat man wieder das Gefühl man verpasst alles und andere verpassen nichts andere haben vielleicht einen Vorteil die haben halt eine Hausarena oder sonst was das heißt auch dass wenn ich nicht rausgehen kann keine Pokemünzen bekomme auch wenn es möglich wäre auf dem Weg zum Supermarkt zu spielen in dieser kurzen Zeitspanne werde ich nicht viel spielen sondern eher die frische Luft genießen oder auf andere Ideen kommen zum Beispiel so eine Flasche Jägermeister im Park Echsen Spaß das Thema ist rum ich denke viele Spieler werden nicht mögen was ich zu sagen habe oder es wäre gut wenn es keine Events in Pokemon Go gäbe die es voraussetzen ja das ist das von oben die Welt reagiert auf den Virus anders als es mein Land tut jede Regierung hat sich für andere Maßnahmen entschieden ich sage nicht dass es gar keine Events geben soll nur sollen diese nicht rausgehen erfordern Rampenlichtstunden Community Days und so weiter ich wiederhole mich aber es ist nicht sicher rauszugehen nur für Pokemon das Leben ist wichtiger ich meine die Sea Days sind ja trotzdem immer noch anders sodass eben die Lokmodule nicht verlängert sind der Rauch aber verlängert ist auf jeweils 3 Stunden dass die generelle Zeit von 3 auf 6 Stunden erhöht wurde vom Sea Day das ist ja dann schon so von zu Hause aus angepasst spielbar dass sie den Rauch aber umgeändert haben dass der nicht mehr ganz so effektiv ist jetzt weniger effektiv das verstehe ich halt auch nicht das können sie doch wieder rückgängig machen dann musst du zwar immer zu Rauch kaufen ohne Pokecoins du musst echt Geld investieren aber wenn du dann unbedingt das Spielen willst hättest du die Möglichkeit aber musst halt dann auch was dafür tun so kurbelst du auch die Wirtschaft an indem du permanent Rauch kaufst ja mit den Rampenlichtstunden im Prinzip auch dasselbe da spawnen das Zeugs da rum aber mit Rauch geht alles und ansonsten wofür musst du raus Raids die meisten lassen sich eh einladen heutzutage schon weil sie selbst wenn sie rausgehen könnten keine Arena da haben ich sehe jetzt nicht so groß was man noch anders machen könnte das einzigste was mir wirklich gerade einfällt ist das mit dem Rauch viele Aufgaben die es gibt in letzter Zeit bei den Forschungen oder Spezial oder sonst was die waren ja auch so pipapo dass du die wirklich einfach von zu Hause auch machen könntest gut es war dann auch dabei verdiene ein Bonbon mit einem Kumpel durchs Spazierengehen oder brüde ein Ei aus da muss man halt doch mal auf dem Weg zum Supermarkt die App laufen lassen oder Abenteuer sinken oder irgendwas also ganz ohne geht es halt wahrscheinlich dann doch nicht aber trotzdem es wird ja eigentlich keiner gezwungen zu spielen in dieser Zeit es ist es ist immer so ein hin und her mit dem aus der Welt geschaffen ist es Zeit für euch bei einer Jentic mehr Optionen einzuleiten die es ermöglichen das Spiel von zu Hause aus spielen zu können ich persönlich denke das man sollte keinen Nachteil haben wenn man nicht rausgehen kann um einen Pokestop zu drehen man sollte keinen Nachteil haben wenn man nicht rausgehen kann um eine Arena zu erobern und diese für 8 Stunden zu besetzen ich habe positives Feedback über das neue Münzsystem gesehen aber es ist noch weit entfernt davon im Spiel anwendbar zu sein man tauschen können sollte ohne rauszugehen zu müssen mir ist klar dass dies ein umstrittenes Thema ist sei das Spiel rausgekommen ist aber es gibt Lösungen dafür oder Apps der kostenlose Ratepass auch als Fanratepass nutzbar sein sollte das fände ich eine sehr coole Idee weil wenn du sowieso jeden Tag einen Rate machen darfst wieso darfst du diesen Rate dann nur vor Ort machen und kannst den nicht trotzdem auch als Fanratepass nehmen wenn sie dir sowieso ab und zu immer kostenlose Fanrate Pässe geben deswegen wäre es cool wenn man selbst eigentlich entscheiden kann ob man es vor Ort macht oder woanders auch die ganzen grünen Pässe die ich jetzt habe sind alle nutzlos die ich mir gekauft habe damals aus den Boxen ausbrühten Boni zurückkehren sollten nicht erwartet werden sollte sich mit Rauch zu bewegen es keine Events geben sollte die es voraussetzen rauszugehen mir ist bewusst dass sie bei Nellendik als Unternehmen Geld verdienen wollen bzw. dafür gibt es auch viele Möglichkeiten ich möchte nicht unhöflich sein aber es wäre gut wenn sie ihren Spielern zuhören würden ich spiele erst seit kurzem aber ich sehe viele schlechte Dinge und negatives Feedback nochmals ich will nicht dreist sein aber das hinterlässt wirklich keinen guten Eindruck von ihrem Unternehmen um es zu verdeutlichen ich habe angefangen zu spielen im August 2020 ich dass ich schon gar nicht mehr den Sinn vom Satz verstehe weil zu viele Infos drin sind ich bin allein habe niemand mit dem ich Zeit verbringen kann psychisch meine ich Pokemon Go war meine Art harte Zeiten zu überleben es gab mir auch einen Grund diese durchzustehen also bitte ich sie als eine Spielerin mit Handicap welche sicher sein mag sich meine Nachricht durchzulesen ich flehe sie an ich liebe das Spiel und es bringt mir viel Freude welche ich auch von zu Hause aus erleben möchte verstehen sie mich bitte nicht falsch diese lange Nachricht ist keineswegs eine Beschwerde eher ein Gedanke denn wie gesagt bedeutet mir das Spiel viel und ich möchte es auch von daheim genießen können danke für dieses Spiel danke dass mir ein Grund gegeben wurde heute hier zu sein danke für ihr Verständnis und letztlich danke fürs zuhören stay safe Elise Nadel frei übersetzt Pokemon Go Neuentik Kritik stößt auf Zustimmung genau bla 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 was haltet ihr von dem Brief findet ihr das gut könnt ihr das nachvollziehen habt ihr vielleicht eine ähnliche Situation erlebt wie die Frau Nadel und ist eigentlich traurig das zu hören auch dieses Depressive ich kenne das theoretisch geht es mir ja genauso das einzigste manchmal ist das einzigste wirklich was mich noch vor die Tür bringt während ich mich in meinem schwarzen Loch verkrieche der Community Raid wo ich sehe da ist ein Raid auf und komm ich poste den ich lade da Leute dazu ein und so dann gehst du da vor Ort hin dann lädst du die Leute ein dann bist du draußen an der Luft dann geht es ja automatisch schon besser dann hast du auch den Punkt dass du gerne ein bisschen draußen bleiben möchtest oder gehst dann noch mal kurz in netto oder so holst dir noch einen muffin oder eine Dose Booster und dann kommst du heim und dann fühlst du dich ganz anders vorher hast du dich nicht mal getraut aus dem Bett aufzustehen als schwer depressiver Mensch also ich kann das komplett nachvollziehen so auch dass das einen irgendwie ja noch ein bisschen ansporn gibt aber halt immer mit der verbindung raus zu gehen das ist jetzt halt besser wäre nicht raus zu gehen aber was kann man denn eurer Meinung nach noch ändern dass man eben nicht raus gehen muss was müsste noch angepasst werden oder findet ihr so wie es ist ist es eigentlich schon gut möglich zu spielen ohne raus zu gehen wie ist eure Meinung dazu lasst gerne einen Kommentar da das war es jetzt von meiner Seite aus muss nämlich auch gleich weg ist heute schon wieder stressiger Tag der Tage wo man aufstehen muss weil man angerufen wird und schnell helfen muss und alles deswegen wir sehen uns in der Rampenlicht Stunde später bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses denn heute gibt es Pummeluff in der Rampenlicht Stunde aber hört euch das ruhig mal an lest euch das nochmal durch oder hört wie ich gelesen habe so komisch ne denkt drüber nach bildet euch eure Meinung und schreibt sie in die Kommentare das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses